Werde ich da nicht wieder zurückgesaugt? Nur... Wieso riecht das hier nach Leberwurst? Was? Ich verstehe jetzt Bahnhof. Hier riecht total nach Leberwurst. Nein, ich stinke nicht. Ich glaube hier mein Koch gerade. Kann auch ganz normal Leber sein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ich weiß wie. Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist doch nicht. Was? Das geht kaputt? Was? Nein! Okay, das stört mich da nicht. Es ist nur eine kleine Idee. Einerfalls hätte ich vielleicht hier doch Dings machen sollen. Ne, ist doch Quatsch. Och man, ich hasse solche Level. Das ist eine kleine Idee. Wenn das jetzt auch nicht hilft, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay. Hä, aber dann sterben aber 5 von denen. Oh, ich glaube, es dreht sich denn nach unten. Nein! Da ist auch ein Ziel? Hä? Ey, komm, willst du mich auf den Arm nehmen? Ist doch jetzt ein Witz. Hä? Äh? Gräpp, Alter! ich glaube es war zuerst so geplant könnte möglich sein mann alter was soll das jetzt wieder gehören auch scheiße gegessen oder was ja ich glaube es wurde so gedacht und dann wahrscheinlich so macken was Die Stunde der Wahrheit Stimmt, und die kommen dann hier nach unten heraus Oh, nein, oder? Ah, ihr Drecksäcke Aber Eine Sache interessiert mich immer noch Okay, dieses Lass ist wirklich knifflig Ich weiß, dass ich die da unten befreien muss Aber wie kriege ich die da oben weg? Wo sind die denn? Ach so Das tue ich erst jetzt Boah, wie ist das denn? Aber für was ist denn das? Gut Ich glaube, das soll einfach als Ablenkung darstellen Oh, der ist fies Oh, komm mal Kann man es essen? Geschorenes Schaf Ja, stimmt Die Superkräfte waren, glaube ich, nie für die gedacht gewesen Oh Gott Oh Gott So eine fiese Dreckspasten Für die war nur das Springen gedacht Aber nicht die Superkraft Clever Clever Oh, nein Mann, was soll der Müll jetzt schon wieder hier? Alter! Ta... mann du scheiß teil alter mann leck mich doch am arsch mann junge leck mich doch am arsch das schlimmste hier das schlimmste hier ist noch dabei wie soll man die restlichen hier schaffen des weiteren wie soll man die schaffen ich habe nur noch einen davon die springen so darüber also schaffe ich den auch nicht ich will mich auf den arm nehmen alter ja ich werde hier einmal spielen ich bedanke mich dass ihr dann erstmal zugesehen hat und dann du müsstest nicht mal wieder bei diesem grausamen level lamm anlage heißt es das nächste mal werde ich erstmal das bonus level spielen gift grün und ich habe nur zwei verloren ich habe doch drei verloren naja jedenfalls bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal